Ja, habe ich auch mal versucht. Wir sehen jetzt eine Fahnenübung, so recht professionell, weil sie, dass die Kracht erforderlich ist. Herr Volker, du musst mal näher ranholen, damit du nicht zu viel drüber rum hast. Ich habe es auch ein bisschen wörtlicher drauf. Habe ich doch, aber näher als zehnfach geht nicht. Ganz prima, ich denke, das wird schon einen Applaus wert, meine Damen und Herren. Lass uns noch ein bisschen rumgehen, so darf ich es sicher dran machen. Bevor ich mich hier bin, ist ein ideale Einstiegsport für den Umgang mit dem Weg mehr. Auch mit dem Zeitraum, weil es sehr viel Körperbalance erfordert, Gleichgewicht und natürlich auch Körpergefühle. Es sind regelrechte Strukturen auf dem Pferd. Und man sieht, wie leichtfüßig und elegant die Männer hier nicht auf dem Pferd bewegen. Und was ist denn, was können eigentlich auch nicht? Eigentlich ist es eine ganz gute Mischung aus Turnen und irgendwann mit dem Pferd, irgendwann mit der Natur. Und dabei auch ein Mannschaftssport, weil man ja nicht alleine solltet, sondern immer innerhalb einer Pferd und teilweise auch mit mehreren Pferd auf dem Pferd. Und dann sieht es, es war eine Sprechmung. Und dann sieht es, was wir auf die Pferd in der Tatufe kommen. Und dann sieht es, wie die Räder auf die Pferde. Und dann sieht es, wie die Pferde. Wir sind jetzt schon drauf, weil wir sind. Wir sind jetzt auf die Pferde. Und dann ist es genau auf der Tatufe. Und dann ist sie jetzt drauf. Das ist ja, also auf der Tatufe. Und dann ist es noch auf der Tatufe, wenn du sie mitfüßt wie zu machen. Ja, also auf der Tatufe, und ich will, weil du sie denn auch auf der Tatufe? Und dann ist die Tatufe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017